Ja, hallo zusammen. Eine neue Woche, ein neues Building on a Budget. Heute etwas anders. Wir schauen uns heute ein Pauper-Deck an. Und der Vorteil, obwohl es quasi ein Pauper-Turnier-Deck ist, die Pauper-Decks sind natürlich immer sehr preiswert. Also wer quasi nur Casual Magic zu Hause spielt, hat hier auch direkt ein sehr schönes Deck, wenn ihr natürlich Lust habt auf Mono White Heroic. Ansonsten hier ein nettes Deck für alle Pauper-Spieler. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich wollte jetzt gerne öfters ab und zu eben in dem Building on a Budget-Bereich ab und zu mal ein Pauper-Deck vorstellen. Ich finde das immer ganz cool. Die Decks sind halt auch sehr, sehr, sehr stark. Also kann man eigentlich gar nicht drüber meckern. Auf jeden Fall lasst einfach mal einen Kommentar da, wie ihr das findet. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Viel Spaß mit diesem Video. So, die komplette Decklist ist jetzt auch einmal eingeblendet. Wir haben relativ wenig Kreaturen. Wir sind halt schon ein Kreaturen-basiertes Deck. Wir versuchen wenige Kreaturen mit der Heroic-Fähigkeit immer stärker zu machen. Das werdet ihr gleich natürlich noch im Detail sehen. Also wir versuchen mit wenigen Kreaturen den Gegner wirklich tot zu prügeln, diese Kreaturen stärker zu machen und eben auch permanent zu beschützen. Das ist ein ziemlich cooles Deck. Man kann auf super vielen Ebenen mit seinen Karten interagieren. Macht auf jeden Fall Bock. Man muss auf jeden Fall gut aufpassen, dass man die Karten alle vernünftig zockt. Aber eben, obwohl es ein Pauper-Deck ist, sehr cooles Deck. Ich habe das jetzt schon öfters im Pauper-Bereich gesehen. Oft auch eben mit guten Platzierungen, zum Beispiel bei Magic Online. Und ja, wollte ich auf jeden Fall mal vorstellen. Ziemlich cooles Deck. Kurz noch zum Budget. Ja, ich habe es hier mal ein bisschen anders gemacht. Budget ist ungefähr 5 bis 20 Euro. Die 20 Euro, das obere ist quasi, wenn man es komplett bestellen würde mit Porto und Versand, dann würde man ungefähr bei 20 Euro rauskommen. Aber die Karten einzeln gesehen sind wirklich super, super, super preiswert. Wenn ihr zum Beispiel jemanden kennt mit einer großen Sammlung, da kann man bestimmt die eine oder andere Karte drin finden. Oder einfach im Store vor Ort, wenn die so große Kisten haben. Wenn ihr die Möglichkeit habt, da eben nach Einzelkarten quasi zu suchen. Das sind wirklich super, einfach zu findende Karten teilweise. Sind ja auch alles Cummins. Was anderes dürfen wir im Pauper-Format nicht spielen. Und dann sind die Einzelkarten wirklich super, super preiswert. Und dann kann man das Deck eben auch für einen Fünfer zusammenkriegen. Ja, das war es auf jeden Fall jetzt erstmal zum Budget. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt wirklich die Karten im Detail an. Und schauen mal, was das Deck so alles kann. Starten wir mit den namensgebenden Kreaturen. Unsere Heroic-Bieter. Ganz wichtig für unser Deck. Damit wollen wir den ganzen Schaden an unseren Gegner bringen. Komplettes Playset jeweils viermal Lagona Band Trailblazer. Und viermal der Crown Skyguard. Beide mit der Heroic-Fähigkeit. Jedes Mal, wenn sie Ziel von einem Zauberspruch von uns werden, kriegen sie eine Plus-1-Plus-1-Marke. Werden also im Verlauf des Spiels immer stärker. Wir haben halt auch insgesamt relativ wenige Kreaturen im Deck. Habe ich ja eben erwähnt. Also es wäre immer schon ganz cool, wenn man eine der beiden auf der Starthand hat. Und dann versucht man sie einfach immer, immer stärker zu machen und permanent zu beschützen. Sodass der Gegner sie nicht kaputt machen kann. Und dann machen wir halt eben kontinuierlich immer mehr Schaden über die Runden verteilt. The Crown Skyguard. Eben nicht nur der 0-4er wie der Trailblazer. Hier unser 2-Drop. Der ist 1-1 fliegend, der Skyguard. Natürlich noch ein bisschen besser. Wobei aber der Trailblazer auch sehr gut ist. Er ist halt gut gegen andere aggressive Decks. Eben 1-Mana 0-4er ist am Anfang auf jeden Fall schon ein solider Blocker. Wobei wir gar nicht defensiv spielen eigentlich mit dem Deck. Sondern einfach non-stop angreifen. Und das sind eben unsere zwei Bieter dafür. Auch noch ganz gut ist im 2-Mana-Bereich dreimal der Seeker of the Way. 2-Mana 2-2 mit Prowess. Er wird halt nur temporär stärker. Er kriegt halt keine Marken durch die Prowess-Fähigkeit. Aber er kriegt immer noch Lifelink, wenn wir ein Nicht-Kreaturen-Zauber-Spruch wirken. Das ist auf jeden Fall ganz nett, um zum Beispiel gegen Burndex nicht zu langsam zu sein. Dann noch eine sehr interessante Karte. Dreimal Deathblade Elite noch im 1-Mana-Bereich. Wobei wir ihn auf jeden Fall verzaubern. Beziehungsweise stärker machen müssen. Die Provoke-Fähigkeit. Die kennen hier die neuen Spieler wahrscheinlich gar nicht. Wenn diese Kreatur angreift, dann dürfen wir eine Kreatur des verteidigenden Spielers enttappen. Und die muss dann ihn blocken. Das ist auf jeden Fall eine sehr lustige Fähigkeit. Für 2-Mana können wir noch allen Kampfschaden an ihm. Und allen Schaden, den er zufügt, verhindern. Also ihn quasi im Notfall quasi aus dem Kampf virtuell entfernen. Falls der Gegner doch irgendwie ein Pumpspell oder ähnliches hat. Aber die Provoke-Fähigkeit ist natürlich super cool. Gegen andere Kreaturen-basierte Decks. Wenn wir ihn einfach ein bisschen aufpumpen, stärker machen. Dann kriegt der Gegner auf jeden Fall Probleme mit ihm. Wir können quasi nach und nach die Kreaturen des Gegners abschießen. Er kann gegebenenfalls mit seinen Kreaturen auch selber nicht mehr angreifen. Weil dann sind seine Kreaturen getappt, werden provoziert von ihm. Ist auf jeden Fall eine super lustige Sache. Und das Deck spielt sich eben einfach ganz anders als ein ganz normales Aggro-Deck. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lustig. Müsste eigentlich auf jeden Fall mal ausprobieren. So, das war unsere Kreaturen-Base. Und jetzt kommt ein großer Haufen Zaubersprüche, der die Kreaturen eben beschützen soll. Oder einfach nur verstärken soll. Als erstes viermal Ethereal Armor für unser Enchantment-Aura-Paket. Richtig gute Kamen. Ein Mana. Wir verzaubern eine unserer Kreaturen. Die verzauberte Kreatur kriegt plus 1, plus 1 für jedes Enchantment, welches wir kontrollieren. Und hat Erstschlag. Also Erstschlag schon mal super. Damit werden die Kreaturen direkt deutlich stärker. Die Ethereal Armor alleine gibt halt plus 1, plus 1 und Erstschlag. Das ist noch nicht mal schlecht. Aber sobald man die Armor öfters auf dem Feld hat, geht es halt richtig ab. Das Ganze eskaliert sehr, sehr, sehr stark. Und das Ganze kombinieren wir natürlich jetzt noch mit anderen Auren. Damit der Effekt eben möglichst, möglichst groß ist. Rechts daneben noch die Hyena-Umbra. Aber auch ebenfalls sehr, sehr, sehr gut für unser Deck. Damit unsere Kreaturen eben stärker werden. Aber auch nicht sofort sterben. Ein Mana. Die verzauberte Kreatur kriegt wieder plus 1, plus 1 und Erstschlag. Und zusätzlich mit Totem Armor. Wenn die verzauberte Kreatur zerstört werden würde, wird stattdessen all ihr Schaden entfernt. Und die Aura wird stattdessen entfernt. Das ist natürlich auch super. Gegen anderes Removal. Wenn ein Gegner einen Zauberspruch hat, zerstört eine Kreatur, dann fällt stattdessen die Umbra ab. Und das ist natürlich sehr gut mit den Heroic-Kreaturen. Weil die werden ja immer stärker sammeln. Auch die Marken. Und dann ist das eben nicht so schlimm, wenn wir die Umbra verlieren. Dafür aber eben die Kreatur behalten. Die dann immer, immer, immer stärker wird. Sehr, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Hier unser kleines Aura-Paket. Es geht aber noch weiter. Viermal Kartusche auf Solidarity. Ein Mana. Wir verzaubern wieder eine unserer Kreaturen. Kriegen zusätzlich einen 1, 1er-Token mit Wachsamkeit. Das ist gar nicht so wichtig. Aber ebenfalls wieder plus 1, plus 1 und Erstschlag. Ihr seht, das ist sehr wichtig. Wir brauchen einfach Erstschlag, damit unsere Kreaturen im Combat richtig, richtig gut sind. Der Gegner sie nicht einfach blocken kann. Wir wollen dann kontinuierlich wirklich Schaden machen. Und es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir zumindest eine Erstschlagverzauberung haben. Ansonsten gar nicht mal so schlimm. Einfach immer weiter auf die Kreatur verzaubern. Die werden ja immer, immer stärker. Also jedes Enchantment, auch in Kombination mit der Ethereal Armor vorher, ist ja auf jeden Fall ein guter Bonus. So oder so. Dann noch ein bisschen Protection. Viermal Schumanus Blessing. Zwei Mana, auch eine Aura. Wir dürfen sie aber wie ein Spontanzauber spielen. Hier natürlich jetzt eine sehr alte Version der Karte. Heutzutage würden natürlich Aufblitzen draufstehen. Und sobald Schumanus Blessing ins Spiel kommt, wählen wir eine Farbe und die verzauberte Kreatur hat dann Schutz vor der gewählten Farbe. Und dieser Effekt entfernt aber Schumanus Blessing auch nicht. Also falls wir Schutz vor Weiß ansagen, fällt die Aura eben einfach nicht ab. Muss man natürlich vorsichtig sein, denn die anderen Auren würden dann abfallen. Aber in der Regel braucht man selten Schutz vor Weiß. In erster Linie will man damit seine Kreaturen vor roten Burn Spells und natürlich auch schwarzem Removal zum Beispiel beschützen. Dann haben wir noch zwölf Spontanzauber, die eben unsere Kreaturen weiter unterstützen sollen. Zunächst viermal Defiant Strike, ein Mana, eine Kreatur kriegt, plus 1, plus 0. Und wir dürfen eine Karte ziehen. Super nicer Spell in jedem Heroic. Der kriegt sich gut. Wir können einen Heroic Trigger auslösen, die Kreatur kriegt für ein Mana, plus 1, plus 0. Und der Defiant Strike ersetzt sich auch noch selber. Sprich wir ziehen gegebenenfalls direkt eine neue Karte nach, die wir auch wirken können. Super guter Spell, einfach damit wir uns noch ein bisschen schneller durch unser Deck ziehen können. Definitiv viermal gesetzt, dann noch viermal Emerge, Unscarced. Ein Mana auch ein Instant. Eine Kreatur unserer Wahl kriegt Schutz vor einer Farbe unserer Wahl mit Rebound. Also der Zauberspruch kommt im nächsten Zug quasi nochmal wieder. Können wir ihn direkt zweimal benutzen. Natürlich wieder als Protection Spell, falls der Gegner irgendwie ein Removal hat. Aber auch ganz wichtig an der Stelle nochmal, wir können unsere Kreaturen virtuell ja auch unblockbar mit solchen Zaubersprüchen machen. Spielen wir irgendwie nur gegen grüne Kreaturen. Dann geben wir unseren Kreaturen Schutz vor grün und dann können sie eben nicht mehr vom Gegner geblockt werden. Und so können wir eben auch große Mengen an Schaden einfach direkt ungeblockt durchdrücken. Also die Protection Spells sind wirklich nicht nur zum Schutz, sondern können auch sehr gut offensiv eingesetzt werden. Apropos offensive Spells, ganz am Ende noch viermal Mutagenic Growth, die einzige nicht weiße Karte. Für ein Phyrexianisches grünes Mana, also zwanghaft bei uns hier zwei Lebenspunkte. Kriegt eine Kreatur plus zwei, plus zwei bis zum Ende des Zuges und gibt unserem Deck nochmal einen richtigen Temposchub. Also wenn wir mal ein ganz schnelles Tempospiel spielen müssen, können wir das sehr, sehr, sehr gut machen. Wir spielen eine Heroic Kreatur, pumpen sie ein paar Mal schnell auf. Wenn wir gegen ein anderes Aggro oder eben sehr schnelles Deck spielen, wollen wir den Gegner gegebenenfalls schnell überrennen. Wir können dann auch einen Seeker of the Way nehmen, der hat ja noch Lifelink. Dann bezahlen wir zwei Lebenspunkte, geben ihm plus zwei, plus zwei, haben den Prowess Trigger, spielen vielleicht noch einen Defiant Strike drauf. Und so können unsere Kreaturen eben sehr, sehr, sehr schnell in einem Zug anwachsen und eben so auch sehr schnell explosiv viel Schaden machen. Auf jeden Fall sehr coole Karte. Die Mana Base super einfach gehalten, 18 Länder insgesamt. Wir haben eine sehr niedrige Mana Kurve und wollen auf keinen Fall zu viele Länder ziehen. Natürlich darf man auch hier nicht zu gierig werden. 17 Standard Länder finde ich nämlich zu gierig. Deswegen noch eine Secluded Step, wenn wir nämlich das zusätzliche Land brauchen. In der Regel brauchen wir zwei Länder im Spiel, damit wir unsere zwei Mana Kreaturen wirken können. So das dritte Land ist auch immer noch okay. Notfalls sogar noch das vierte Land, aber dann ist auch wirklich gut. Wenn wir dann später die Steppe nachziehen, können wir sie als Cycle in eine neue Karte verwandeln. Und wenn wir am Anfang eine relativ knappe Hand haben, dann können wir sie auch einfach legen. Also eine Mana knappe Hand. Dann legen wir sie einfach hin und dann können wir eben mit ihr auch das Mana generieren. Ist auf jeden Fall ein kleiner Trick. Kann man auf jeden Fall so ausprobieren. Dann eben ein bisschen besser als 18 Ebenen, wie ich finde. Und so sieht eben hier die Mana Base aus. Kommen wir abschließend noch zur Deckbewertung. Über das Budget haben wir am Anfang ja schon relativ ausgiebig diesmal geredet. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Bin auf jeden Fall da nochmal auf euer Feedback gespannt. Nicht nur zum Thema Pauper Deck im Building on a Budget, sondern wie findet ihr das mit dem Budget? Kann man doch eigentlich mal so ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ich finde das nämlich immer ein bisschen schwer in den Videos mit den stetig ändernden Preisen. Aber so solltet ihr eigentlich noch ein bisschen ein besseres Gefühl dafür kriegen, wie viel so ein Deck tatsächlich wert ist. So, starten wir mit der Synergie. Und diesmal habe ich 4 von 5 Sternen gegeben. Ist auf jeden Fall ein gut synergierendes Deck. Eigentlich noch relativ untypisch für solche Aggro Decks. Und wir haben noch nicht mal ein wirkliches Tribal Deck. Aber die Heroic Strategie ist eben so wichtig, dass eben das Deck komplett darauf aufgebaut werden muss. Unsere Karten synergieren alle mit unseren Kreaturen. Wir können sie beschützen. Also die ein oder andere Synergie haben wir definitiv vorhanden. Und das Deck ist eben wirklich rund um die Heroic Fähigkeit aufgebaut. Mit einer sehr hohen Synergie im Bereich Kreaturen und Kreaturengröße. Hier habe ich mal 3 von 5 Sternen gegeben. Im Format gibt es noch größere Kreaturen. Und am Anfang, ja gut, am Anfang sind unsere Kreaturen relativ klein. Und am Ende des Spiels, wenn wir quasi im besten Fall das Spiel gewinnen, sind unsere Kreaturen sehr groß. Also man könnte sagen, 2 bis 4 Sterne trifft sich in der Mitte bei 3. Ich dachte, das wäre eine ganz gute Bewertung. Ich denke, das kommt hin. Im Bereich Flexibilität, ja, da sind wir dann nicht ganz so stark mit diesem Mono-Weißen Deck. 2 von 5 Sternen. Wir können uns zwar vor gegnerischem Removal schützen, aber wir können nicht wirklich mit den gegnerischen Karten interagieren. Wollen wir auch gar nicht. Wir nehmen definitiv die Rolle des Aggro Decks ein. Und es reicht uns vollkommen, unsere Kreaturen vor ein paar Karten des Gegners zu beschützen. Mit den anderen Karten wollen wir gar nicht so wirklich interagieren. Wenn der Gegner irgendeine Strategie hat, dann ist sie in der Regel langsamer. Und wir können dann wirklich voll auf den Tempo-Modus umschalten, den Gegner einfach schnell umtreten. Und mit 1, 2 Karten beschützen wir dann unsere Kreaturen. Deswegen 2 von 5 völlig okay. Wir müssen gar nicht so flexibel sein. Im Bereich Tempo habe ich 4 von 5 Sternen gegeben. Natürlich kann man dieses Deck auf mehrere Arten spielen. Aber am Ende sind wir immer das aggressive Tempo-Deck. Gegen langsame Decks sind wir natürlich dann wirklich super offensiv. Man muss natürlich immer aufpassen, was kann der Gegner für Karten haben. Spielt unser Gegner Kreaturen-Removal? Dann müssen wir eventuell einen Gang runterschalten. Immer 1 oder 2 Mana aufhalten. Lieber auf Nummer sicher gehen, sodass wir immer unsere Kreatur beschützen können. Es gibt nichts Schlimmeres, als eine große Heroic-Kreatur zu verlieren. Gegen irgendwie ein einfaches 2 Mana-Removal. Also da lieber ruhig ein bisschen langsamer spielen. Dann wären wir so bei 3 von 5 Sternen quasi. Also dann auch reaktiv wirklich auf den Gegner achten. Schön immer Mana offen halten. Und wenn ihr euch sicher seid, der Gegner zum Beispiel spielt Mono-Rot, die Burn-Spells können eure Kreaturen nicht mehr kaputt machen. Dann einfach Vollgas geben, richtig das Tempo-Spiel spielen. Also immer aufpassen, was macht der Gegner und dann gegebenenfalls handeln. So, das war es dann auch schon für die Deckbewertungen für diesen heutigen Pauper-Deck-Check quasi. In Kombination mit dem Building on a Budget. Bin wirklich super gespannt, was ihr sagt. Lasst auf jeden Fall reichlich Kommentare da, wie euch das Ganze heute gefallen hat. Ich hoffe, ihr seid super in die Woche gestartet. Ich wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen im nächsten Video. Bis dann. Ciao.